Bereits zum dritten Mal hat der Feuerwehrverein Brünnlos zu einem Traktorentreffen eingeladen. Die Antwort auf die Frage, warum im Zwönitzer Ortsteil eine solche Veranstaltung vom Feuerwehrverein organisiert wird, ist simpel. 2017 überwachte die Brünnloser Feuerwehr die Anlieferung von Holz für das alljährlich stattfindende Hexenfeuer. Dabei fiel den Feuerwehrleuten vor Ort die Vielzahl der unterschiedlichsten Fahrzeuge auf, mit denen die Brünnloser so unterwegs waren. Da wurde die Idee und der Gedanke bei der Freiwilligen Feuerwehr Brünnlos geboren, man müsste einmal all diese Fahrzeuge auf einem Platz versammeln und in einer öffentlichen Schau präsentieren. Von 2017 bis zum heutigen Tag. Was hat sich in Bezug auf diese Veranstaltung verändert? Seither getan hat sich, dass wir jetzt mehr Traktoristen aus anderen Orten da haben, die mit ihrer Technik hier aufgefahren sind. Erst waren wir nur reine Brünnloser Veranstaltungen. Das hat sich aber jetzt mehr herumgesprochen. Und jetzt ist das Feld sehr unterschiedlich aufgestellt, viele verschiedene Maschinen. Und man trifft sich halt zu Gesprächen. Ich muss sagen, es ist eigentlich ein schönes Treffen, zwanglos, ohne kompletten Ablauf, außer die Ausfahrt dann. Also ich muss sagen, es hat sich gesteigert hier diese ganze Sache. Es macht Spaß. Und Spaß hatten auch die jüngsten Besucher, denn auch sie kamen nicht ohne ihren fahrbaren Untersatz zum Treffen. Alle Fahrzeuge wurden an offizieller Stelle angemeldet. Hier standen der Typ, die PS und das Baujahr im Mittelpunkt der Registrierung. Am Ende wurden 41 motorisierte Fahrzeuge angemeldet. Älteste Fahrzeug war ein Lands Bulldog von 1939. Was früher den Landwirten die Arbeit erleichterte, ist auch heute noch eine Hilfe. Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist es gerade die simple Technik, die Traktoren bis heute am Leben laufen hält. Es ist kaum vorstellbar, dass moderne, elektronikgesteuerte Traktoren von heute in 50 Jahren auch noch aus eigener Kraft zu so einer Schau fahren können. Das wurde in den Gesprächen der Teilnehmer immer wieder betont. Fein herausgeputzt standen auch Zweirad-Ultheimer zur Besichtigung bereit. Für diesen Tag wurde außerdem eine Rundfahrt durch Brünnlos organisiert. Im Ort wurde zur Schau gestellt, was man mit Liebe hegt. Im Ort wurde hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alle Fahrzeuge, die mit am Rundkurs teilnahmen, haben es aus eigener Kraft wieder auf den Dorfplatz geschafft. Dort angekommen, wurde sich noch einmal positioniert. Nun gibt es ja das bekannte Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Wird es nach dem dritten Treffen eine Fortsetzung der Traktorenschau geben? Es wird wahrscheinlich 2021 das nächste Treffen geben. Wir werden es im Zweijahresrhythmus weitermachen. Jahrlich wird uns zu viel mit den Veranstaltungen. Gönnen wir den Organisatorinnen der Feuerwehr Brünnlos eine Pause, denn auch so ein Traktortreffen ist mit viel Aufwand und intensiver Freizeit verbunden. Dann wird es noch ein paarronte, bitte dich vert Climate Time frei. Bis dann! 快 losfaktor STEVEN